ja willkommen zurück zu let's play tales of grace das hat kacke gebaut oder irgendwie hat mein aufnahmenraum kacke gebaut und ja irgendwie ist es so passiert das ist halt so vier parts habe ich gemacht also vier videos das alles in einer aufnahme gewandt mit scheißegal auf jeden fall ich habe kacke gebaut weil irgendwie der hat das gespeitert noch einmal hoch jetzt gespeitert aber irgendwie habe ich dann so applauden und dann irgendwie so dort ist leer junge ist immer so geil danke und fuck you und das heißt ich muss jetzt hier ich habe jetzt einen anderen speicherstand der war ein bisschen in der nähe ist musste halt eine halbe stunde offline spielen und ja jetzt play jetzt praktisch diesen part obwohl ich fünf parts noch auf reserve habe und deswegen kam auch die letzten tage nicht ja und das ist mit dieses zehn fach tempo fünf fach zehn fach glaube ich war es so ne und hier links und bumpen jeweils versteht aber hier müssen wir jetzt einen schalter heben und die andere seite auf jeden fall ja ich habe auch auf fleiß gestellt weil ich muss da jetzt diesen part machen praktisch nur wo ich das weiß mache weil es ist doof wenn irgendwie auf einmal ein paar fehlt wo was vielleicht passiert man weiß es nicht nur und dann muss ich glaube ich noch ein bisschen spielen offline und dann wieder was aufnehmen part der wieder nicht so gerendert wurde wie ich es will weil doofes programm und so so far so good now we just have to activate the south bridge we can open the gate but the control room for the gate is locked in the key is in the central tower let's go there first ja das müssen wir zum zentral turm gehen ich glaube ich weiß auch wo es ungefähr ist auf jeden fall ist müssen doch alles gelaufen sage ich mal nur und ich hoffe ich kann das ja schnell so machen denn ich will noch anderes projekt aufnehmen der nao der will noch ganz viele pläne eins und ganz viel verschiedener gerne und ja es kam jetzt ein monat bin ich schon jetzt hier dabei auf youtube hat mit diesem kanal und es kam halt nur dieses eine projekt nur aber die sein projekt das ball hat auch richtig mein kanal weg also ist habe 100 abonnenten über 110 ist so what the fuck ich liebe euch ja ich liebe euch ich bin dafür look the key once we have this someone's here Was? Richard! Richard! Oh, nein! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe den Prinz geholfen! Sophie, Pascal, holen Sie ihn! Er wird die Reinfehlungen geben! Komm schon, einfach da rein! Bleib mit mir! Richard? You filth! Richard? You filth scum! You'll pay for what you did to me! You'll suffer like no other! Richard, stop! That's enough! It's not enough! It'll never be enough! It's nothing compared to the pain that I feel! No, Richard! Stop it right now! How dare you order me! Richard? What... Wait... I'm sorry, Aspel. I didn't... I didn't mean to say that. Are you okay? Is it your chest? It'll be okay. Let's just hurry to the South Bridge. We have the key now. Yeah, okay, but... What about your wound? I'm alright. He barely struck me. It's nothing to worry about. Nothing? But I saw how deep it was. He's right. He actually looks just fine. He was bleeding like crazy. Alright. That's enough, Aspel. Open the gate already. I can't remember. Uh... Right. Guys! We have a key. Um... That's so cool, Richard... That's so cool, Richard... That's so cool, I'll tell you... Um... Um... I'd say... Let's say... ...we have the number here, and then we'll end the party. hier wenden ich bleibe es auch einfach hier ja auf jeden fall ich bin gleich schon da wo dann der andere part beginnt ja auch schon hier ja na stadt der errettung richard Ich brauche dich weiter. Das ist der einzige Weg, in der ich zu retten bin. Wie kann das dich retten? Du bist mit deinem Sord ist eine Art von Heilung. Ich habe nicht einen Ort in diesem Welt, aber deine Hoffnung gibt mir Hoffnung. In diesem Fall, Asbel. Wir gehen weiter. Du hast es. Hä? Ähm... Hm. So, äh, da ging es nicht lang, äh... Äh... Ach man... Ach stimmt, muss ja irgendwo runter. Da runter? Ich hoffe es mal. Dann nochmal runter. Ich glaube, du könnt es sogar sein. Jaaa, genau. Ähm... Ja? So, dann nochmal hoch. Äh... Ja, ich bin grad ein bisschen, äh, groggy kann man sagen. Weil, pff, keine Ahnung. Ich schon blöd, diesen Part nachzumachen hier, ne? Weil es ist wunderschön, Let's Played, also, oh, wunderschöne, ey, jetzt sehen müssen, ey. Oh, das war ein Traum, dieser Part, ein Traum. Weil, ähh... Dann ist die auf einmal weg, weil, pff, das Programm irgendwie doof ist. Ähm, ja, ich glaube, hier habe ich es, ähm... Damit aufgehört. Mit dem Video. Also sag ich mal, viel Spaß bei dem nächsten Part. Euer Mr. Margie. Tschüss!